Sammelübersicht 64 auf Drucksache 2718. Ja, das waren unklare Mehrheitsverhältnisse hier im Plenarsaal. Und dazu gibt es eben dieses Instrument des Hammelsprungs. Das bedeutet, dass alle Abgeordneten den Plenarsaal verlassen mussten. Und dann gibt es drei Türen, eine Ja, eine Nein, eine Enthaltung. Und es kann ganz genau gezählt werden, wer wo steht. Eine Reihe von Abstimmungen jetzt hier ohne Aussprache. Und danach eine Aktuelle Stunde. Ja, man glaubt es kaum, es gibt tatsächlich noch andere politische Themen als nur die Frage der Migration und möglicher Auswirkungen auf Europa und die Europäische Union. Beispielsweise ökologische Themen. Die Aktuelle Stunde befasst sich mit dem Schutz des Grundwassers vor dem Durchsickern von Düngemitteln, speziell von Nitraten. Da gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der Deutschland also verurteilt hat, wegen Verletzung von EU-Recht. Der Eintrag dieses düngenden Nitrats in Deutschland ist zu hoch im Vergleich zu dem, was vereinbart worden ist. Und er muss zurückgeführt werden. Warum ist das so wichtig? Das Nitrat, das also durch, besonders wenn es regnet, durch den Boden durchgewaschen wird, fließt dann ins Grundwasser und wird dann ein Teil des Trinkwassers. Der Mensch durch einen chemischen Prozess macht aus dem Nitrat ein Salznitrit, das je nach Menge natürlich, in der man es aufnimmt, durchaus ungesund oder auch schädlich werden kann, ganz besonders für Säuglinge. Da geht es dann um die Sauerstoffversorgung, die angegriffen werden kann. Kurzum, der Eintrag von Nitraten im Düngen sollte verringert werden. Die Landwirte wehren sich dagegen, zumindest diejenigen, die konventionelle Landwirtschaft betreiben. Sie argumentieren, dass insgesamt das Düngen der Felder schon schwer zurückgegangen sei und man nur noch das aufbringe, was wirklich absolut nötig ist. Aber natürlich ist es eine schwierige Position, damit gegen den EuGH zu argumentieren. Denn letztlich ist die Bundesregierung gezwungen, umzusetzen, was europäisches Recht ist. So sind die Verträge. Die Frage wird nun sein, in welcher Geschwindigkeit kann dieses Urteil, die Ergebnisse dieses Urteils umgesetzt werden. In welchem Zeitrahmen kann also der Eintrag von Nitraten in den besonders landwirtschaftlich genutzten Gebieten in der Bundesrepublik Deutschland zurückgeführt werden. Da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das wird gleich die Aktuelle Stunde hier erweisen. Einberufen wurde sie von den Grünen, beziehungsweise beantragt wurde sie von den Grünen. Es geht, so heißt der Titel, Haltung der Bundesregierung zur unzureichenden Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz des Wassers vor Nitrateinträgen. Im Titel also ist schon die Kritik mitformuliert, unzureichend sei die Umsetzung, so wie es ja auch der EuGH bemängelt hat. Nun, wir müssen sehen, wir werden jetzt gleich hören, wie also die Regierung und die Koalitionsfraktionen hier argumentieren werden, welche Geschwindigkeit sie an den Tag legen wollen. Das Umweltministerium wird von der SPD geführt und dort wurde bereits gesagt, dass man umsteuern möchte. Man sieht einen Veränderungsbedarf in der Landwirtschaft, weniger Intensivtierhaltung und einen anderen Umgang mit Gülle. Jetzt hören wir hier Ergebnisse namentlicher Abstimmung. Da geht es um Sanktionen bei Hartz IV und Leistungseinschränkungen. In der Sozialhilfe hören wir Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Mit Nein haben 127 Abgeordnete gestimmt. Es gab eine Enthaltung. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zweite namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 und die Grünen. Soziale Teilhabe und Selbstbestimmung in der Grundsicherung statt Sanktionen und Ausgrenzung. Hier ging es um die Drucksachen 19.1711 und 19.2748. Abgegebene Stimmen 651. Mit Ja haben 523 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein 127. Es gab eine Enthaltung. Auch diese Beschlussempfehlung ist angenommen. Ja, meine Damen und Herren, es handelte sich um zwei Anträge der Linksfraktion. Da ging es gegen die Sanktionen bei Hartz IV und um Leistungseinschränkungen bei der Sozialhilfe. Und wenn jetzt also hier diese beiden Beschlussempfehlungen angenommen worden sind, dann heißt es nicht, dass die Anträge der Linken hier plötzlich eine Mehrheit gefunden hätten, sondern abgestimmt wird die Empfehlung der jeweiligen Ausschüsse. Und da schon in den Ausschüssen die Koalition eine Mehrheit hat, stimmt sie in den Ausschüssen bereits so, wie sie es für richtig hält. Angenommen worden ist also die Vorlage des Ausschusses. Und im Ausschuss sind jeweils die Anträge der Linken schon abgelehnt worden. Das bedeutet also, dass die Anträge der Linksfraktion zu Hartz IV und zur Sozialhilfe hier abgelehnt wurden. Ja, jetzt also geht es hier gleich los, endlich mit der aktuellen Stunde. Wenn Sie unser Programm regelmäßig schauen, dann kennen Sie die Regeln. Es ist ein Austausch über aktuelle politische Fragen. Ich rede seit fünf Minuten, es sei denn, es ist ein Mitglied der Regierung, der darf neun bis zehn Minuten reden. Zwischenfragen in den aktuellen Stunden sind nicht gestattet. Es gibt keine Abstimmungen, keine Beschlüsse am Ende, sondern eben einfach nur die Debatte. ... der Bundesregierung zur unzureichenden Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz des Wassers vor Nitrateinträgen. Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich die notwendigen Umgruppierungen in den Fraktionen zügig vorzunehmen und gegebenenfalls notwendige Beratungen bitte außerhalb des Plenarsaales anzuberaumen. Erster Redner in dieser Aktuellen Stunde ist jetzt gleich Friedrich Ostendorf, der agrarpolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Friedrich Ostendorf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Europäische Gerichtshof hat am 21.06. mit seinem Urteil wegen Nichterfüllung der EU-Nitratrichtlinie der Bundesregierung eine heftige Quittung für jahrelanges Nichtstun gegen die Wasserverschmutzung mit Nitrat ausgestellt. Am 4.05. hat schon die EU-Kommission im Nitratbericht die hohe Belastung des Grundwassers durch Nitrate besonders in Tierhaltungskonzentrationsgebieten in Deutschland gerügt. Deutschland hat in der EU nach wie vor mit die höchsten Nitratbelastungen von Grundwasser. 28 Prozent der Messstellen haben mehr als 50 Milligramm pro Liter Nitrat. Wir haben damit ein Riesenproblem. Das Problem lautet zu viele Tiere auf zu wenig Raum. Das zeigen aber auch die Zahlen aus dem Nitratbericht der EU-Kommission. Von 2013 bis 2010 5 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe haben aufgegeben. Die durchschnittliche Größe stieg um 4,9 Prozent. Die Gesamtzahl der Tiereinheiten um 3,5 Prozent. Der Vergleich der Bezugszeiträume 2008 bis 2011 und 2012 bis 2015 hat in diesem Zeitraum die Zahl der Schweine abermals um 4,3 Prozent, Geflügel um 37 Prozent zugenommen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend ist für uns in der Betrachtung, am Ende dieser massiven Konzentration stehen die enormen Güllefluten. Sie belasten unser Grundwasser, unser Südwasser in Flüssen und Seen und führen auch mit zur Eutrophierung küstennaher Ökosysteme, aber auch der Weltmeere. Der Stickstoffeintrag in die Biosphäre ist neben dem Artensterben die größte Belastung unserer planetaren Grenzen und eine der dringendsten globalen Aufgaben, die wir lösen müssen, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ja, Deutschland ist beim EuGH-Verfahren mit der Übernahme der Verfahrenskosten ausgesprochen glimpflich davongekommen. Das liegt aber nicht an Ihren Leistungen beim Wasserschutz, sondern allein darin, dass es ein Feststellungsurteil war, das sich auf die alte Düngeregelung bezog und dass es ausdrücklich nicht um Strafzahlungen ging. Der Ball liegt nun aber wieder bei der EU-Kommission. Sie muss über mögliche Strafzahlungen und die neue nachgebesserte Düngeregelung von 2017 entscheiden. Dieser Urteilsspruch bestätigt aber, dass die Bundesregierung über Jahre nichts getan hat, sondern die Probleme immer wieder auf die lange Bank schob, aber auch die fachlichen Verbesserungen und Empfehlungen der Wissenschaft, die uns weitergebracht hätten, immer ignoriert hat. 2017 haben Sie von der Koalition mit schwersten Geburtsschmerzen die neue Düngegesetzgebung auf den Weg gebracht. Wir entsinnen uns ja noch alle als Fachpolitiker daran, welch viele Schlachten da geschlagen wurden. Die Vorgaben, so lesen wir, sind lascher geworden, nicht strenger. Nicht strenger, so sagt das aktuelle Gutachten des renommiertesten Düngerexperten Deutschlands, Prof. Taube. Aber auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Wasser spricht sich für deutliche Nachbesserungen beim Düngerecht aus. Prof. Taube listet auf 25 Seiten minutiös die Defizite des neuen Düngerechts auf. Und Prof. Taube ist als Schattenminister des CDU-Kandidaten Günther in Schleswig-Holstein noch nicht verdächtig Grünen nahe zu sein. Er listet minutiös auf die vielen neuen, großen und kleinen Baustellen. Wir haben hier ganz sicher ganz viel noch zu tun. Wir müssen die Schlupflöcher, die müssen unbedingt geschlossen werden, sonst ist es absolut unzureichend, die Probleme zu lösen. Wir haben seit einigen Tagen aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine umfassende Studie aus Bayern, wo Standard-Nitratberechnungswerte für Gülle untersucht werden mit der tatsächlich ausgebrachten Gülle, was sich denn da so an Nährstoffen findet. Und siehe da, es klaffte zwischen der Standardberechnungsmethode, ich sage nur hier 3,8 Prozent Nitrat im Kubikmeter Gülle und tatsächlich gefundenen Werten von sieben bis neun Kilogramm Nitrat doch eine gewisse Spreizung, die wir ja auch noch zu betrachten haben, ob vielleicht der Kubikmeter Gülle hier ja doch deutlich mehr Nitrat auf den Acker bringt als bisher angenommen. Wir glauben als Grüne, dass Deutschland sich wieder auf dem Weg in ein neues Anlastungsverfahren befindet. Es wird ja gerne vom Musterknaben Europas gesprochen und von Übererfüllung europäischer Vorgaben. Wie man das zusammenbringen kann, bringen wir nicht zusammen. Meine Damen und Herren von der Union und SPD, Sie müssen nacharbeiten. Die Düngegesetzgebung muss überarbeitet werden. Die Nitratfrachten müssen deutlich, drastisch reduziert werden. Die Zukunft der deutschen Tierhaltung kann nicht darin liegen, die Welt mit Billigfleisch zu überschwemmen. Wir brauchen eine andere Agrarpolitik. Wir brauchen den Umbau der Tierhaltung. Agrarpolitik für Menschen und Umwelt ist gefragt, statt Agrarindustrie auf Kosten der Umwelt, aber auch auf Kosten der Gesellschaft. Der Schutz des Wassers hat oberste Priorität. Ihre Politik von der Koalition des sehenden Verdrängens müssen wir endlich beenden. Für dich, Ostendorf, Aders, Bündnis 90 Die Grünen. Erster Redner in dieser Aktuellen Stunde, die von seiner Fraktion den Grünen beantragt wurde. Weiter geht es mit Michael Stübken, dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Ostendorf, wir stimmen Ihnen zu. 6 zu 0 ist ein klares Ergebnis. 6 zu 0 ist ein schlechtes Ergebnis. Ich rede im Übrigen nicht vom Fußball. Ich rede von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in der vergangenen Woche. Wobei sechs Klagegründen, die die Europäische Kommission gegen Deutschland vorgebracht hat, bezüglich der nationalen deutschen Umsetzung der Düngemittelverordnung, Richtlinie von 2006, diesen sechs Klagepunkten stattgegeben hat. Ich will überhaupt nicht drum herumreden. Es ist eindeutig, wir haben die alte Düngemittelrichtlinie mit der alten Düngemittelverordnung nicht ausreichend entsprechend den Vorgaben der Europäischen Union umgesetzt. Aber ich will noch einen anderen Punkt nennen, ohne das als Entschuldigung oder Ausweichen zu werten. Wir können in ganz Europa beobachten, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die eine intensive Tierhaltung bei sich haben, in bestimmten Regionen oder überwiegend, dass die vergleichbare Probleme wie Deutschland haben bei der Umsetzung dieser Düngemittelrichtlinie. Es hagelt Vertragsverletzungsverfahren, Vorverfahren, europäische Gerichtsverfahren und Niederlagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Ich will zwei Dinge dabei feststellen, oder stelle damit zwei Dinge fest. Punkt eins. Es ist in der Tat objektiv schwierig, die Vorgaben umzusetzen für mehr Wasserschutz, den wir alle wollen. Das ist in der Tat richtig, wenn man gleichzeitig Strukturbrüche in der Landwirtschaft verhindern will. Und das scheint bei den Grünen überhaupt keine Rolle zu spielen. Zweiter Punkt. Es ist doch ziemlich eindeutig, glaube ich, dass auch die europäische Richtlinie, auch im Lichte jetzt neuer wissenschaftlicher Erkenntnissen, Fallstricke hat, die nicht unbedingt das Ziel erfüllen, was wir alle wollen. Deswegen glaube ich, dass in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments eine gründliche Evaluierung stattfinden muss, die möglicherweise auch zu Anpassungen und Novellierungen führt. Aber ich will jetzt bei der Situation bleiben, die wir in Deutschland haben. Wir haben in der Tat die klare Feststellung, die alte Düngemittelverordnung ist nicht ausreichend. Wir haben seit 2017 eine neue Düngemittelverordnung. Die ist von der Europäischen Kommission notifiziert worden und gültig, also seit knapp einem Jahr. Und natürlich kann man seit nach diesem knapp einem Jahr noch nicht feststellen, welche Auswirkungen sie hat. ob die Ziele, die wir verfolgen mit dieser Düngemittelverordnung wirklich ausreichen. Wie immer gibt es natürlich Gutachter, die behaupten, das wird alles sowieso nichts. Das wird alles noch viel schlechter. Ich will Ihnen nur eines sagen. Dagegen spricht die Situation vieler landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland, die nämlich die hohen Anforderungen, die sie umsetzen müssen mit dieser neuen Verordnung, die sie geradezu existenziell bedroht. Das heißt, wenn das alles nichts wäre, dürfte es bei den landwirtschaftlichen Betrieben ja auch überhaupt keine Schwierigkeiten geben. Ich will aber mit der Vergangenheitsbewältigung mich nicht so intensiv beschäftigen, sondern mehr auf die Fakten und Daten, die wir jetzt haben, eingehen. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten ein neues Messnetzsystem für Naht, Nitrat und andere Schadstoffe im oberflächennahen Grundwasser eingesetzt, was repräsentativ und faktenbasierter ist als das System vorher. Mit diesem System sind viermal so viele Messstellen aufgebaut worden, wie das damalige alte Belastungsmessnetz, wo im Prinzip nur Messstellen aufgebaut wurden, wo man vermutet hat, eine stärkere Belastung des Grundwattes. Wir haben seitdem konkrete Ergebnisse in zwei Überwachungszeiträumen, von 2008 bis 2011 und 2012 bis 2014. Und die Ergebnisse, die repräsentativ sicher sind, bedeuten 49,3 Prozent der Messstellen zeigen geringe Belastungen, also unter 25 Milligramm pro Liter Grundwasser auf, 23 Prozent Belastungen, aber unter dem Grenzwert von 50 Milligramm, 28 Prozent allerdings über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Grundwasser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverständlich, das ist eindeutig zu viel. Es muss aber auch in der richtigen Relation gesehen werden und bewertet werden. Denn diese Messzeiträume zeigen auch, dass sich zwischen 2008 und 2014 die Situation des Grundwassers nicht verschlechtert hat. Nicht verschlechtert hat. Und das ist deshalb interessant zu bewerten, weil, Herr Ostendorf, Sie haben es ja gerade aufgezählt, wir haben in diesem Zeitraum gleichzeitig eine massive Produktionserhöhung in besetzten Betrieben. Das heißt, die alte Ordnung hat wenigstens dafür gesorgt, dass wir nicht zu einer schlechteren Situation kommen. Aber ich stimme in einem Punkt zu. Es reicht natürlich alles letztendlich nicht aus. Die neue Düngemittelverordnung, die wir haben, geht bereits intensiv auf Mängel ein, die die alte Verordnung gehabt hat. Und nach Auffassung der Bundesregierung beheben wir mit dieser neuen Verordnung zum großen Teil diese Mängel. Dabei war uns aber immer wichtig, und darauf muss ich auch im Namen des Landwirtschaftsministeriums mitteilen, das wird auch so bleiben. Wir haben immer versucht, dabei bei diesen Umsetzungen, bei den notwendigen Beschlüssen in dem Zielkorridor zu bleiben. Einerseits eine deutliche Verringerung des Schadstoffeintrags in das Grundwasser, gerade in besonders belasteten Gebieten, die wir in Deutschland haben. Aber auf der anderen Seite wollen wir Strukturbrüche, besonders bei unseren viehhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben, vermeiden. Es ist klar, dass nach knapp einem Jahr die Auswirkungen dieser neuen Verordnung überhaupt noch nicht festgestellt werden können. Wir bemerken aber auch, und teilweise besorgt uns das, dass eine ganze Reihe landwirtschaftlicher Betriebe mit der Umsetzung dieser neuen Maßnahmen, die jetzt erst greifen und in den nächsten Jahren laufen müssen, vor ganz besondere, teilweise existenzbedrohende Herausforderungen gestellt werden. Ich bleibe dabei, wir wollen keine Strukturbrüche, wir wollen eine Verbesserung der Grundwasserstruktur, aber wir wollen auch, dass erfolgreiche Viehbetreiber in Deutschland weiter ihre Arbeit erfolgreich marktorientiert am Weltmarkt machen können. Lassen Sie mich in den letzten Sekunden, die ich habe, noch auf ein meines Erachtens Konstruktionsfehler, den unsere Verordnung, die jetzt gültig ist, hat eingehen. Und zwar dachte ich zunächst, das wäre von der EU zwingend vorgegeben, das ist aber gar nicht der Fall. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Wir haben die Situation, dass Industriedünger, also Mineraldünger, sehr klar definiert ist. Er hat den Riesenvorteil, wenn ich ihn in der Fläche auf dem Acker aufbringe, sind nahezu 100 Prozent der Mineralien, der Nährstoffe unmittelbar verfügbar in der Vegetationsperiode. Damit habe ich die Möglichkeit, geradezu grammgenau pro Hektar die Notwendigkeit des Einsatzes von Düngemitteln zu bestimmen. Nachteilig an Mineraldüngern ist, dass sie überwiegend importiert werden. Der Weltmarkt wird beherrscht von einigen großen Konzernen. Und die Rohstoffe für diesen Mineraldüngern wären allerdings am anderen Ende der Welt irgendwo anders unter Bedingungen gewonnen, die das Gegenteil von umweltfreundlich sind. Deshalb sind wir doch seit Jahren der Meinung, wir wollen den Einsatz von Mineraldünger reduzieren, bis zu der Möglichkeit, es ganz darauf verzichten zu können und mehr sogenannten Wirtschaftsdünger, das heißt Gülle, Mist und Kompost, der ja eh anfällt in tierhaltenden Betrieben, nutzen. Nur hier haben wir die Situation, dass im Gegensatz zum Mineraldünger der deutlich vorteilhaftere Wirtschaftsdünger nicht so eindeutig chemisch-physikalisch funktioniert wie der Mineraldünger. Wir haben die Situation, und das mittlerweile ganz eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, dass im Verhältnis zum Stickstoffgehalt, zum Beispiel Phosphorgehalt, bei Wirtschaftsdünger, die Verfügbarkeit dieser notwendigen Nährstoffe für unsere Kulturpflanzen in der Vegetationsperiode deutlich niedriger ist. Sie liegt nach klaren Forschungen zwischen 10 und 60 Prozent, wie gesagt, teilweise plus 10 Prozent. Trotzdem haben wir in unserer Verordnung angesetzt, dass wir den Eintrag auf 100 Prozent festlegen. Das bedeutet, und das hat einige schädliche Folgen, nach meiner Einschätzung, mehr schädliche Folgen als nützliche. Wir haben die Situation, dass viehhaltende Betriebe ihren Dünger nicht mehr auf ihre Flächen bekommen, weil sich das aufgrund dieser 100-Prozent-Ansetzung enorm reduziert hat. Wir haben die Situation, dass diejenigen Betriebe, die sich daran halten, ihre Kulturpflanzen nicht mehr genügend mit Nährstoffen versorgen können. Und nur, um mal ein Beispiel zu nennen, in welche falsche Richtung das geht, insbesondere biologische Biobetriebe haben dieses Problem, weil die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie schon seit Jahrzehnten auf Mineraldünger gänzlich verzichten. Sie haben aber das Problem, unter diesen Vorgaben ausreichend Nährstoffe für ihre Pflanzen herzustellen. Und wir haben die Situation, dass Ackerbaubetriebe, und das wollen wir doch einig, die eigentlich umsteigen könnten auf Wirtschaftsdünger, dass diejenigen aufgrund dieser unsicheren Situation sich scheuen, das zu übernehmen. Wir erreichten mit dieser Regelung, das ist meine Überzeugung, das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Und deshalb denke ich, wenn wir gezwungen werden von der Europäischen Union, das ist möglich, dass wir uns in dieser Frage noch einmal intensiv damit beschäftigen müssen, um einen realistischen und klareren Umgang zu bekommen. Ich glaube, uns eint hier, dass wir mehr für den Schutz des Grundwassers tun wollen. Aber Ansetzungen von 10 Prozent auf 100 Prozent zu berechnen, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Staatssekretär Stübken aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, der hier eingeräumt hat, dass also die Nitrateinträge zu hoch seien in Deutschland, aber es auch verteidigt hat. Weiter geht es in der Debatte jetzt mit Wilhelm von Gottberg für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Damen, meine Herren, Herr Staatssekretär, das Urteil des EuGH bezieht sich auf eine Situation in der Vergangenheit. Mit der Einführung der Novellierung der Düngeverordnung vom 17.02.2017 hat das Ministerium reagiert. Der Minister das Ministerium rechnet mit einem Mehraufwand durch diese neue Düngeverordnung in Höhe von 111 Millionen Euro im Jahr für die Bundesländer mit 81 Millionen Euro pro Jahr. Mit der Düngeverordnung wird entgegen allen Sonntagsreden die gesamte Landwirtschaft mit einem neuen Bürokratiemonster beglückt. Alle werden mit Auflagen und Dokumentationspflichten belastet. ohne dass die wirklichen Ursachen für das Problem auch richtig angesprochen werden. Die wirklichen Ursachen der Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland sind neben landwirtschaftsfremden Verursachern, die gibt es tatsächlich, aber über die wird gar nicht gesprochen, erstens die intensive Viehhaltung in einigen Regionen Deutschlands. Schon die bisherige Düngeverordnung hat darauf reagiert. Deshalb wird schon lange Gülle Lkw-weise aus den intensiven Tierhaltungsgebieten Norddeutschlands zum Teil über Hunderte von Kilometern in die Ackerbaugebiete gefahren und dort entsorgt. Dazu kommt zweitens eine immer weitere Intensivierung und Konzentration des Anbaus von Sonderkulturen in besonders begünstigten Lagen. Deshalb kann es zum Beispiel ab Oberrhein von Basel bis in die Pfalz zu Nitratproblemen kommen. Unverständlich für die Landwirte und ineffizient auch für die Verwaltung ist es dann, wenn auch die vielen Grünlandgebiete der Mittelgebirge, der Marsch und andere Gebiete mit weniger natürlichem Ertragspotenzial mit den selben Verwaltungs- und Berichtspflichten belastet werden, obwohl in diesen Gebieten und Regionen aus ganz logischen Gründen noch nie Nitratprobleme festgestellt wurden. Der Koalitionspartner der Grünen in Baden-Württemberg, Minister Hauck, beklagte dies am letzten Freitag in einer Pressekonferenz in Stuttgart völlig zu Recht. Wir können ihm nur beipflichten. Die Regierung, die Verwaltung, der Gesetzgeber machen sich durch solche Verordnungen nicht nur unbeliebt, sondern auch unglaubwürdig und belasten die Einsicht der Bauern und Bürger in staatliches Handeln unnötigerweise. In noch höherem Maße tut dies die Europäische Kommission und der EuGH. Jeder Privatmann, der eine Klage eingereicht hat und dem bekannt ist, dass der Klage Grund weggefallen ist, wird die Klage zurückziehen. Nicht so die Kommission und der EuGH. Sie ziehen ein Verfahren durch, das sich nur auf die Vergangenheit bezieht und durch die novellierte Düngeverordnung obsolet geworden ist. Dem Wasser und den Menschen wird dadurch nicht geholfen. Das Urteil ist somit zur rein formaljuristischen Fingerübung verkommen. Wenn wir der Landwirtschaft und dem Wasser gleichzeitig helfen wollen, werden wir die von der Kommission aus ganz anderen Gründen betriebene Renationalisierung der Agrarpolitik weiter betreiben müssen. Wir können nicht von der Landwirtschaft alles Mögliche verlangen. Nahrungsmittelproduktion, Pflege der Kulturlandschaft, Arbeitsplätze, Ferien auf dem Bauernhof bis hin zum sauberen Wasser und sie gleichzeitig der Preiskonkurrenz des Weltmarktes aussetzen. Die meisten Länder produzieren mit weit weniger Umwelt- und Sozialauflagen als unsere Landwirte bei viel geringeren Faktorenkosten. Aber, meine Damen Herren, die Dinge sind im Fluss. Im September findet in Wien eine neue EU-weite Wasserkonferenz statt. Die Ergebnisse dieser Konferenz werden wir aufmerksam beachten und in unsere Politik einbeziehen. Ich danke Ihnen. Die Rede von Wilhelm von Gottberg für die AfD-Fraktion, der hier gegen die Nitratverordnung gesprochen hat. Die Landwirtschaft sei überfordert, der Preisdruck, die Preiskonkurrenz groß. Weiter geht es jetzt mit Florian Pronold, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist die Bürokratiekosten der novellierten Düngeverordnung gerade angesprochen worden. Was mich wundert, ist, dass die AfD nicht mit Wasserzweckverbänden redet. Wasserzweckverbände, die reihenweise enorme Kosten haben, die alle auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden, weil immer mehr Gewässer belastet sind mit Nitrat und weil sie als Trinkwasser nicht mehr verwendet werden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da alles tun, um unser Grundwasser zu schützen. Und darum geht es. Wasser ist unser Leben. Und wir müssen alles dafür tun, dass es weniger belastet wird und nicht gleich und auch nicht mehr. Und es war so, was hier angesprochen worden ist, dass das Urteil des EuGH sich auf die Düngeverordnung von 2006 bezieht. Mit den Anforderungen, die die Richtlinie und das Aktionsprogramm der EU gesetzt haben, hat die Düngeverordnung von 2006 nicht mithalten können. Und nach langen und intensiven Diskussionen auch zwischen unterschiedlichen Ministerien ist es auch dem Druck des Vertragsverletzungs- und Klageverfahrens zu verdanken gewesen, dass wir überhaupt eine Novellierung der Düngeverordnung 2017 bekommen haben. Die war dringend notwendig. Und das kann niemand angesichts der objektiven Messdaten mehr bestreiten. Sie sind angesprochen worden, an 28 Prozent der Messstellen sind zu hohe Nitratwerte. Mein Kollege Vorher hat auch darauf hingewiesen, dass es auch eine ganze Reihe gibt, die mittlere Belastungen haben. Da besteht aber auch die Gefahr, dass es höher werden kann. Deswegen müssen wir alles tun, damit der Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft in unsere Gewässer deutlich verringert wird. In der neuen Düngeverordnung gab es eine Menge Diskussionen, die wir geführt haben. Jetzt kommt es darauf an, wenn man das Urteil genau liest, dann wird auch schon deutlich, dass viele Punkte angesprochen werden in diesem Urteil, die auch debattiert worden sind bei der Novellierung der Düngeverordnung. Deswegen ist es wichtig, Herr Kollege, dass wir im Juli gemeinsam mit der EU-Kommission reden werden, um eine Abschätzung zu bekommen, wie auch die EU-Kommission die Düngeverordnung einschätzt und ob das, was Deutschland gemacht hat und das, was notifiziert ist, ausreichend ist, um ein erneutes Verfahren zu verhindern. Und darauf kommt es an. Und ich finde, es ist gut, dass wir dieses Gespräch suchen und dass man auch versuchen wird, an der Stelle, wo es erforderlich ist, dann alles zu tun, um die Gewässer zu schützen. Und wir hatten Debatten darüber und es gibt noch viele einzelne Fragestellungen, die man so oder so beurteilen kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Offenheit hat, angesichts des Zustands unserer Gewässer da auch noch mal heranzugehen. Liebe Grüne, die neue Düngeverordnung sieht auch etwas ganz Wichtiges vor, nämlich dass die einzelnen Länder auch dort, wo die Belastungen hoch sind, selbst weitere und über die jetzige Düngeverordnung hinausgehende Maßnahmen ergreifen kann. Und das ist auch wirklich deswegen wichtig, weil wir ja nicht überall die gleiche Situation mit Nitratbelastung haben und es natürlich auch darauf ankommt, dass dort, wo die Probleme besonders groß sind, auch wirkungsvoller und schneller dagegen vorgegangen wird. Bloß wir hören, ja, wir hören sehr Unterschiedliches aus den Ländern. Und erst war es so, dass nur Niedersachsen sehr deutlich gemacht hat, dass sie hier weitere Maßnahmen ergreifen werden. In Nordrhein-Westfalen war es nach dem Regierungswechsel so, dass man dann nichts mehr davon gehört hat. Jetzt hat sich letzten Donnerstag die neue Umweltministerin dort allerdings geäußert, dass es doch wieder daran denkt, hier weitere Maßnahmen zu ergreifen. Aber es ist schon auffällig, dass man insgesamt aus den Ländern, die ja auch viel näher dran sind an den Problemen relativ zurückhaltend und nicht in dem Maße, wie man das angesichts der Situation erwarten könnte, Stimmen hört, hier auch ortsnah die Dinge anzuwenden, die dazu beitragen, dass es eine Verbesserung gibt. Und ich finde, wir müssen übrigens auch EU-weit nicht nur über die Frage des Ordnungsrechts reden, sondern wenn es um die Neuausrichtung der Subventionierung der Landwirtschaftspolitik geht, müssen wir auch alles dafür tun, dass es hier zu Veränderungen kommt und dass wir zum Beispiel auch die naturschonenden Maßnahmen, die dazu führen, dass zum Beispiel weniger Erosion von Böden stattfindet, die auch zur Eutrophierung beitragen, wenn sie vorher gedüngt werden, dass dieses zum Beispiel Berücksichtigung findet. Und das sind wichtige Maßnahmen, die wir auch auf EU-Ebene versuchen müssen, gemeinsam zu erkämpfen. Aber es geht darum, alle Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass zukünftig weniger Nitratbelastung und Gewässer ist. Und wir alle hier wissen, dass es auch noch einige Jahre dauert, bis was wir jetzt tun, nur eine verzögerte Wirkung haben. Aber wir müssen es tun. Es ist nichts wichtiger, als unser Wasser zu schützen. Florian Pronold war das, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Am Ende seiner Rede hat er gesagt, nichts sei wichtiger, als das Wasser zu schützen. Weiter geht es mit Carina Konrad für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen Wir sind wieder Zeuge geworden von hervorragender Ressortabstimmung zwischen dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, gerade hier in dieser Debatte. Uneiniger kann man sich ja wohl nicht sein in der Frage, wie wir in Zukunft unsere Gewässer, unsere Ressourcen schützen sollten. Und ich glaube, dieses Thema ist zu wichtig und zu zentral, als dass es zwischen Ressorts so Uneinigkeiten herrschen dürfen, dass da keine Abstimmung zustande kommen kann, wie wir in Zukunft auch gerade mit dem Eintrag der Landwirtschaft, mit der Düngung in der Landwirtschaft in diesem Thema umgehen. Da wünsche ich mir, dass in Zukunft eine bessere Abstimmung stattfindet, denn die Unwissenheit, Herr Brunold, die Sie hier an den Tag gelegt haben in Bezug auf die Entwicklung der Trinkwasserpreise und in Bezug auf die Nitratbelastung, die war schon bemerkenswert. Worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden über die Frage der EU-Kommission, der jetzt vom EuGH stattgegeben wurde. Wir haben seit dem letzten Jahr eine neue Düngeverordnung, die ist in diesem Land in Kraft und die bringt enorme Belastungen mit sich, nämlich für die Leute, die sie umsetzen müssen und enorme Kosten. Und jetzt zu behaupten, einzelne Bereiche hätten kein Interesse daran, unsere Ressource, auch unsere Ressource Wasser zu schützen, ist schlichtweg falsch und ist auch unethisch. Und es gilt, und Herr Stübken hat das schön beschrieben, es geht darum, das in Einklang zu bringen, nämlich auf der einen Seite unsere Gewässer zu schützen und auf der anderen Seite auch eine flächendeckende Landwirtschaft in diesem Land zu erhalten, denn die Erzeugung von Lebensmitteln ist in diesem Land ebenfalls zentral. Und Düngung ist für die Ernährung der Pflanze wichtig. Das sollten auch Sie, Herr Ostendorf, wissen. Und wenn Sie hier Wörter wie Gülleflut verwenden, suggeriert das, als würden Landwirte die Gülle gerade so ins Gewässer kippen. Sie müssten es als Landwirt selbst besser wissen, Gülle wird verwendet zur Ernährung der Pflanzen und wird auf die Flächen aufgetragen, nicht um Gewässer zu verschmutzen, sondern um Pflanzen zu ernähren. Und seit Justus von Liebig haben wir keinen Hunger mehr in diesem Land, seit Mineraldünger flächendeckend verfügbar ist, haben wir in diesem Land enorme Fortschritte erreicht in Bezug auf die Pflanzenernährung. Aber Mineraldünger darf nur als Ergänzung gesehen werden zur organischen Düngung. Und Stickstoff insgesamt ist wichtig, denn wo Stickstoff fehlt, geht die Bodenfruchtbarkeit verloren, weil die Strohrotte einfach nicht richtig stattfinden kann. Und dann geht die Humusbildung zurück. Das kann nicht unser Ziel sein. Und wenn Sie jetzt versuchen, die Stachelregulation hier die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, sehen wir im Moment in der Praxis, dass das nach hinten losgeht. Denn es wurde eben schon schön beschrieben, die starren Regulationen, die Düngeverordnung verbietet zum Teil den Landwirtschaften eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung. Und da habe ich auch mit Interesse die Bemerkungen vom Vorsitzenden des Bioverbandes gelesen, der zu Recht in der Agrar-Europe kritisiert, dass man nämlich Kompost und Gülle und Festmist nicht gleich mit der Mineralisierung vergleichen kann. Ich bin froh, dass das jetzt ein Jahr, nachdem die Düngeverordnung in Kraft ist, auch im Landwirtschaftsministerium angekommen ist, dass sich unterschiedliche Düngersorten unterschiedlich im Boden umsetzen und verhalten. Es ist auch nicht zu erklären, dass Betriebe, die aufgrund ihrer Betriebsstruktur und aufgrund auch von ihrer Düngepraxis nicht zu den Verursachern bei der Nitratproblematik gehören, unnötig mit Bürokratie überbordet werden. Und das ist auch ausdrücklich nicht das Ziel des neuen Düngerechts und das ist in der Praxis auch nicht zu vermitteln. Schließlich gibt es ja auch keine Abgasuntersuchung für Fahrräder. Ein solches Vorgehen leitet sich auch nicht aus den Anforderungen ab, die die EU-Kommission vor dem Hintergrund der EU-Nidratniziner an das deutsche Düngerecht stellt. Praxisferne Regelungsgut führt zu Frust und Demotivation und zwar bei allen, bei den Landwirten, bei den Kontrolleuren und bei den Beratern, sowohl bei den konventionellen als auch bei den biologischen. Das kann nicht das Ziel sein. Wenn es immer weniger Landwirte gibt, schließen sich Hochtore für immer. Doch wie kann man es jetzt lösen? Wir sehen in der Praxis, dass gerade die Standorte mit intensiver Tierhaltung Probleme haben, seit die neue Düngeverordnung in Kraft ist, ihre Wirtschaftsdünger in Ackerbauregionen, wo weniger Tiere stehen, zu transportieren, weil nämlich aufgrund der überbordenden Bürokratie Bereitschaft abgenommen hat, diese Nährstoffe aufzunehmen. Und da müssen wir ansetzen, das muss möglich sein. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie das EU-Nidrat- Messstellen- Netz angesprochen haben. Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass dieses Nitratstellen- Messnetz bundesweit, europaweit, einheitlich und repräsentativ weiterentwickelt wird, und zwar ohne die Beeinflussung von Politik, sondern auf wissenschaftlicher Basis. Denn das alte Belastungsnetzwerk ist immer noch Teil des neuen Nitrat- Messnetzes. Und das kann nicht funktionieren. Vielen Dank. Carina Konrad war das für die FDP, die hier in ihrer Rede unter anderem eine überbordende Bürokratie beklagt hat und gleichzeitig ein europaweites Nitrat- Messnetz System haben möchte. Weiter geht es mit Ralf Lenkart, Sprecher für Umweltpolitik der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, viele Dieselfahrer sind in Aufregung, weil Abgaswerte manipuliert wurden, und Sie ahnen, dass die überhöhten Stickoxidwerte Probleme verursachen, mit Sicherheit. 431.000 Tonnen Stickoxide sind im Straßenverkehr 2016 ausgestoßen worden, errechnet aus den Grenzwerten, die vorgeschrieben waren, dem Fahrzeugpark und den verwendeten Kraftstoffen. Weitere 55.000 Tonnen Stickoxide kommen von der Binnenschifffahrt und der Bahn, 137.000 Tonnen vom Flugverkehr, 124.000 Tonnen von der Seeschifffahrt. In Summe 747.000 Stickoxide werden jedes Jahr verteilt und fließen eben auch in die Nitratbelastung unserer Gewässer ein. In meinem Heimatland Thüringen hat die Landesanstalt für Umwelt und Geologie die Nitratwerte gemessen und wie überall in Deutschland Überschreitungen festgestellt. Sie ging einen Schritt weiter. Sie wollte wissen, woher denn die Stickoxide kommt, die Stickstoffüberschüsse. Das Thün-Institut für Landwirtschaft und das Forschungszentrum Jülich haben festgestellt, dass die Hälfte der Stickstoffüberschüsse aus dem bekannten Verursacherkreis kommt, der Landwirtschaft und den Haushalten. Und zwar 25.000 Tonnen aus der Landwirtschaft und 8.000 Tonnen aus dem Abwasser. Weitere 33.000 Tonnen, also die Hälfte, kamen aus der Luft. Das macht 19 Kilogramm je Hektar und Jahr Stickstoffüberschüsse, die aus der Luft in unser Land getragen werden. Und das wird überall in Deutschland so sein. NOx wandelt sich zu Nitraten um, Nitrate schädigen das Trinkwasser. Und das EuGH-Urteil besteht zu Recht, dass Deutschland die Nitratwerte nicht einhält. Und die Bundesregierung hat gehandelt, ja, beim Ackerbau mit einer neuen Düngeverordnung. Die Technik, die im Moment eingesetzt wird, moderne Landwirtschaftstechnik, ist in der Lage, weitere Stickstoffüberschüsse zu reduzieren, indem sie beim Messen, beim Düngen misst, wie die Pflanzen sich fühlen und dann zielgenau den Dünger zubringt. Aber das reicht nicht. Die Massenkonzentration von Tierhaltung in einigen Regionen muss beendet werden. Deshalb fordern wir Linken, dass es eine Obergrenze gibt, und zwar für die Tierbestände je Hektar. 0,5 Großvieheinheiten je Hektar, das ist machbar, das kann man umsetzen. Haushalte leisten ihren Beitrag, wie die Landwirtschaft über Kläranlagen. Und trotzdem werden im Moment nur 50 Prozent der Nitratüberschüsse betrachtet, um reduziert zu werden. Die anderen 50 Prozent stammen aus der Luft, aus Industrie, auch aus Viehzucht und aus Verkehr. Aber mindestens 8 Kilogramm je Jahr in Thüringen sind verkehrsverursacht, gerechnet nach den gesetzlichen Vorschriften für Abgaswerte von Diesel-Pkw. Wir können also davon ausgehen, dass in der Realität der Stickstoffeintrag aus dem Verkehr deutlich höher ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landwirtschaft steht unter Druck zu handeln. Dort wird er ausgeübt. Bei den Haushalten wird der Druck ausgeübt über Kläranlagen und Abwassergebühren. Die Nitratkosten, die im Trinkwasser entstehen, landen auch bei Landwirten und bei Haushalten. Es ist uns aber unverständlich, weshalb die Bundesregierung die Autoindustrie verschont. Die Stickoxidausstöße aus dem Diesel sind ein Vielfaches höher, obwohl technische Einhaltung möglich ist. Und deswegen kann kein Landwirt, kein Haushalt verstehen, weshalb er Maßnahmen ergreift, um Nitrate zu reduzieren, trotzdem höhere Krinkwasserpreise bezahlen muss, aber die Autokonzerne mit ihren Milliardengewinn nicht zur Nachrüstung verpflichtet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann sicherlich sich auf ein Problem konzentrieren, aber es ist zwingend erforderlich, dass man alle Probleme ins Auge nimmt, nicht nur bei der Landwirtschaft guckt. Wir müssen dort gucken, wir müssen dort eine bessere Praxis durchsetzen, aber wir müssen auch die Gesetze für die Autoindustrie durchsetzen. Und wenn Sie das nicht machen, werden Sie die Nitratgrenzwerte nicht einhalten können. Helfen Sie uns gemeinsam, das Trinkwasser zu schützen, damit wir auch zukünftig alle gemeinsam Wasser aus der Leitung trinken können, ohne Angst zu haben, krank zu werden wegen Nitrat. Vielen Dank. Besseren Schutz also vor den Nitraten, aber auch in anderen Bereichen, beispielsweise im Verkehrsbereich sollten die Grenzwerte eingehalten werden. Das war Ralf Lenkert für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist Astrid Dammerow, CDU, CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 21. Juni zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz des Wassers von Nitrateinträgen bezieht sich, das ist hier schon erwähnt worden, auf Daten, die die EU-Kommission für den Berichtszeitraum 2012 bis 2015 zusammengestellt hat. Demnach wiesen 28 Prozent der Messungen kritische Werte oberhalb der zulässigen Höchstgrenze für Nitrat aus. Mir geht es hier an der Stelle aber auch darum, die Daten, über die wir heute reden, in die richtige Relation zu setzen. Die Daten stammen aus dem Jahr 2014. Damals galt noch die alte Düngemittelverordnung aus dem Jahr 2006. Zudem waren alle in die Datenlage eingegangenen Messstationen landwirtschaftlich beeinflusst. Das war im Übrigen in anderen EU-Ländern nicht der Fall. Würden wir alle Messungen mit einbeziehen, so wie das andere EU-Länder tun, so kämen wir zu anderen Ergebnissen. Die würden nämlich zeigen, dass 82 Prozent der Messwerte in Ordnung waren. Doch halten wir uns hier jetzt an die im Bericht ausgewiesenen 28 Prozent kritischer Messungen. Mit der 2017 beschlossenen Düngemittelverordnung haben wir darauf reagiert und ich finde die richtigen Maßnahmen getroffen, um die Situation weiter zu verbessern. Die damalige Bundesregierung hat sich gemeinsam mit den Ländern auf eine stärkere Differenzierung des Düngerechts geeinigt, um den regional unterschiedlichen Belastungen und Gefährdungen Rechnung zu tragen. Es gibt nun zusätzliche Vorgaben für kritische Gebiete, aber auch Entlastungen für unproblematische Gebiete. Dabei ging es bei der Düngemittelverordnung auch darum, neben den wichtigen Interessen des Umweltschutzes auch die Umsetzbarkeit für unsere Landwirtinnen und Landwirte im Blick zu haben. Und das ist, wir haben das heute hier schon gehört, eine große Herausforderung. Landwirtschaftliche Betriebe sind nun gefordert, bei der Düngung Stickstoff gezielter einzusetzen. Hierbei müssen wir sie auch noch unterstützen. Es gibt technische Möglichkeiten, die Ihnen das deutlich erleichtern wird. In Gewässernähe wurden Abstände für Stickstoff und Phosphatdüngung ausgeweitet. Und seit dem 1. Januar müssen unsere landwirtschaftlichen Betriebe Buch über den Einsatz von Düngemitteln führen. All das belastet unsere landwirtschaftlichen Betriebe und ist für sie eine große Herausforderung. Wir denken aber, dass diese Maßnahmen dazu führen werden, dass wir in Deutschland Nitrateinträge in Wasser weiter senken können. Und wir alle wissen auch ganz genau, dass wir die Ergebnisse dieser Maßnahmen erst in einigen Jahren werden messen können. Lassen Sie mich an der Stelle auch noch mal sagen, der Kollege Lenkert hat es in einem Nebensatz eben auch getan, ich will mal betonen, nach wie vor können wir in Deutschland unser Wasser aus unseren Wasserhähnen trinken. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit und das muss dann auch mal entsprechend gewürdigt werden. Und selbstverständlich wollen wir alle, dass das in Zukunft auch so bleibt. Das wollen auch unsere Landwirte. Es soll heißen, bei allem, was wir in Zukunft tun. Wir müssen unsere Landwirte unsere Partner sein. Sie sind nicht unsere Gegner und sie sind auch nicht hinderlich, sondern wir müssen partnerschaftlich sehen, dass wir hier zu besseren Ergebnissen kommen. Landwirtschaftsministerin Julia Glöckner hat nach der Urteilsverkündung richtig darauf hingewiesen, dass sie mit der Europäischen Kommission in einen Dialog treten wird, um zu prüfen, ob die betroffenen Maßnahmen ausreichend sind. Ebenso wird man auch die Forschungsergebnisse hinzuziehen. All dies halten wir für die richtige Reaktion und vor allem auch eine Reaktion mit Augenmaß. Blinder Aktionismus, meine Damen und Herren, hat noch nie wirklich weitergeholfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war das für die Unionsfraktion. Kein blinder Aktionismus, hat sie hier gesagt. Weiter geht es mit Andreas Bleck für die AfD. Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, nach Kohlendioxid, Feinstaub und Stickoxid wird jetzt die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Diesmal ist es Nitrat. Der Anlass ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen Deutschland, wegen Verletzung der Nitratrichtlinie. Fakt ist, der Grenzwert von Nitrat im Trinkwasser, wir haben dieses Thema ja hier vorhin auch schon angesprochen, beträgt 50 Milligramm pro Liter, ist wissenschaftlich gut begründet und wird fast immer eingehalten. Durch die Trinkwasseraufbewährung ist gewährleistet, dass das Trinkwasser aus dem Wasserhahn immer unter diesem Grenzwert liegt. Und ja, im kommunalen Bereich haben wir spezifisch in Regionen, wo Nitratbelastung eine Rolle spielt, auch ein Problem. Da muss belastetes und unbelastetes Trinkwasser gemischt werden, um es unter diesen Grenzwert zu bekommen. Aber das ist weder ein gesamteuropäisches noch ein gesamtnationales Problem. Um kurz zusammenzufassen, das Trinkwasser in Deutschland ist also von höchster Qualität und es gibt keinen Grund zur Hysterie. Zum Vergleich im Blatt, Kohl und Würzelgemüse ist die Nitratkonzentration 20 bis 80-fach höher. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die durchschnittliche Nitrataufnahme eines Menschen zu 62 Prozent durch Gemüse, 26 Prozent Trinkwasser und 12 Prozent sonstigen Lebensmitteln gedeckt wird. Wenn Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linke, also wirklich Angst vor einer Nitratvergiftung haben, sollten Sie dringend Ihre Haltung zum Gemüse, zum Vegetarismus und Veganismus überdenken. Der Erfolg oder Misserfolg der Nitratrichtlinie lässt sich in der Europäischen Union übrigens kaum feststellen. Die Methodik von Probenahmestellen und Probenahmen selbst ist weitgehend beliebig. Das macht die Nitratmessungen für Vergleichszwecke nahezu unbrauchbar. Die Nächtigkeit der Probenahmestellen variiert von Land zu Land, von unter 5 bis über 120 pro 1.000 Quadratkilometer Fläche. In einigen Ländern wird eine Probe pro Jahr entnommen, in anderen fünf. In Rumänien ist die Zahl der Probenahmestellen um 30 Prozent zurückgegangen, in Slowenien um 90 Prozent gestiegen. Auch Ort, Zeit und Tiefe der Probenahme sind häufig vage. Es ist offenkundig, dass man mit der Wahl der Probenahmestellen auch das Ergebnis der Nitratmessung beeinflussen kann. Wer an weniger nitratbelasteten Orten im Sommer und in großen, tiefen Proben entnimmt, kommt bei der Nitratbemessung besser weg. In einer Europäischen Union, in der die Griechen ungestraft Türken, ist es nicht unwahrscheinlich, dass einige Länder dies zu ihren Gunsten ausnutzen. Deutschland hat damals das Gegenteil gemacht. Wir haben der Europäischen Kommission Nitratmessungen von 162 vornehmlich nitratbelasteten Probenahmestellen geschickt. Damit haben wir der Europäischen Kommission die Anklageschrift doch selbst geliefert. Kurzum, die Berichte der Europäischen Kommission über die Durchführung der Nitratrichtlinie sagen wenig über die wahre Nitratbelastung im Grundwasser der Europäischen Union aus. In Deutschland ist übrigens auch die grüne Energiepolitik mitverantwortlich, eine Tatsache, die offenbar in Vergessenheit gerät. Die hohe Nitratbelastung lässt sich vielerorts auf den Bauboom von Biogasanlagen zurückführen. Bekanntlich werden darin Lebensmittel für die Energiegewinnung verwertet, moralisch sehr fragwürdig, wobei sich die Grünen doch sonst so gerne als Moralapostel aufspielen. Da sich viele unserer Bauern durch die grüne Landwirtschaftspolitik in einer Notlage befinden, konnten sie sich das Geschäft nicht entgehen lassen. Aus Grünland wurde somit Mais Monokultur. Die wurde dann häufig großzügig mit Gärresten aus den Biogasanlagen gedüngt. Der Teufelskreis schließt sich. Sie, werte Kollegen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, sind also nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und Sie haben es ja auch teilweise schon verstanden. Unsere Aufgabe als Politiker besteht darin, uns mit gesundem Menschenverstand des Sachverhalts anzunehmen. Und siehe da, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das ist schon angesprochen worden, bezieht sich auf einen Sachverhalt, den es heute gar nicht mehr gibt. Seit dem Jahr 2017 gilt die neue Düngemittelverordnung, deren Auswirkungen wir mit Geduld und wissenschaftlichem Sachverstand untersuchen müssen. Genauso wie ein guter Arzt sollten wir dabei zuerst die Diagnose und danach die Therapie durchführen. Die Bundesregierung ist also gut beraten, sich von den Grünen nicht treiben zu lassen. Denn wenn die Düngung ohne belastbare Erkenntnisse noch stärker eingeschränkt wird, als in der neuen Düngemittelverordnung drohen den Bauern Ertragsverluste bei der Ernte. Und das wirkt sich auf die Preise und somit auf die Verbraucher aus. Daher steht meine Fraktion für eine bauern- und verbraucherfreundliche Politik, die eine reine Verdachtspolitik ohne wissenschaftliche Grundlage ablehnt. Unsere Bauer gehen oftmals nicht wegen, sondern trotz grüner Landschafts- und Umweltspolitik verantwortungsbewusst mit der Umwelt und Natur um. Vielen Dank. Soweit Andreas Bleck für die AfD-Fraktion, der hier gesagt hat, seine Fraktion stehe für eine bauern- und verbraucherfreundliche Politik. Weiter geht es mit Michael Thews für die SPD-Fraktion. Das möchte ich dann hier auch für das Protokoll natürlich nachtragen. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Thews für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Beck, gratuliere zur ersten Rede. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das, was Sie da schön rechnen wollten oder gut rechnen wollten, ist keine Lösung der Probleme, sondern wir haben es hier mit einem Problem zu tun, was real ist, was im Boden ist. Und unser Boden hat ein verdammt langes Gedächtnis. Alles das, was wir ausbringen, und wir reden jetzt von Düngemitteln, von Nitrat in den Boden, was von den Pflanzen nicht aufgenommen wird, geht durch den Boden in unser Grundwasser. Und letzten Endes belastet es dann auch unser Trinkwasser. Das sind Vorgänge, die dauern, Jahrzehnte teilweise. Aber wenn sie dann da sind, sind sie akut. Und wir haben eben in Deutschland viele Messstellen, die heute schon Probleme aufweisen. Und das Ganze ist auch durchaus in Zahlen zu fassen. 767 Millionen Euro pro Jahr, das würde uns das kosten, wenn wir hier nichts unternehmen. Und da reden wir nicht von den Strafzahlungen der EU, sondern da reden wir von Zahlungen, die notwendig sind, um die Wassergebühren, um bei den Wassergebühren sozusagen nachzusteuern, wenn wir nichts gegen den Nitrateingetrag tun würden. Derzeit schaffen es unsere Wasserversorgung noch, dafür zu sorgen, dass das Trinkwasser überall eine gute Qualität hat. Man kann nicht oft genug sagen, unser Wasser ist das bestuntersuchte Lebensmittel, was wir haben. Aber wenn die Belastung im Grundwasser zunimmt, dann kann es auch sein, dass die Versorger in Zukunft das Nitrat durch weitere teure technische Maßnahmen entfernen müssen. Und das wird eben dann richtig teuer. Schon jetzt müssen die Wasserversorger einiges tun, um das Trinkwasser zu schützen. Sie verdünnen immer häufiger belastete Wasser mit unbelastetem Wasser. Sie schließen Brunnen, müssen tiefer bohren oder verlagern sie. Auch diese Kosten fließen schon heute in die Wassergebühren ein. Ich will das hier nochmal ganz deutlich sagen. Wir sehen hier eine hohe Verantwortung. Wir sehen Wasser, bezahlbares Wasser mit guter Qualität als einen wichtigen Teil der Daseinsversorgung. Nun ist ja auch in der letzten Koalition, in der letzten Legislaturperiode schon einiges passiert. Es gibt eine Novelle des Düngemittelrechts und auch einige Maßnahmen, die durchaus sinnvoll sind. Die Betriebe müssen jetzt eine Bilanzierung vornehmen. Wie viel bringe ich ein? Wie viel hole ich raus aus dem Boden? Bestimmte Böden werden auch weitergehend geschützt. Und auch die Zeiträume, in denen Düngemittel ausgebracht werden, sind begrenzt worden. Und es ist auch durchaus davon auszugehen, dass diese Maßnahmen zu einer Reduzierung des Eintrags führen werden. Es gibt aber auch Stimmen, und die müssen wir ernst nehmen, die sagen, das wird nicht ausreichen. Wir werden sehen, das haben wir heute schon gehört von Herrn Pronold, dass die Kommission, dass es Diskussionen mit der Kommission geben wird und es zeigen wird, ob das Düngemittelpaket, was wir da beschlossen haben, wirklich ausreicht. Ich glaube durchaus, dass es vielleicht auch Änderungen noch geben muss. Aber wir können auch heute schon einiges tun. Das wurde auch schon angesprochen. Es gibt eine Verschärfungsmöglichkeit in der Gesetzgebung. Das heißt, die Länder können dort, wo es akut wichtig ist. Und wir wissen, das Problem ist nicht überall gleich. Wir haben große Probleme im Bereich in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen runter bis nach Nordrhein-Westfalen, teilweise auch in Bayern und Baden-Württemberg. Also die Länder sind hier wirklich angehalten, diese Möglichkeit auch zu nutzen und dort gegenzusteuern, wo es notwendig ist. Dann können wir durchaus auch bessere Ergebnisse erzielen und auch natürlich da die Kommission gegebenenfalls überzeugen, keine Strafzahlungen geltend zu machen. Wir haben gestern im Umweltausschuss darüber gesprochen, die Umsetzung der Nitratrichtlinie besprochen und das Ergebnis des Berichtes, den wir für die Zeiten 2012 bis 2015 bekommen haben. Und da will ich einen Punkt nochmal aufgeben. Und das ist schon auch die Tierbesatzdichte in Deutschland. Wir haben einen Zuwachs der Tierbesatzdichte in diesem Zeitraum von 3,5 Prozent, während wir gleichzeitig in der EU einen Rückgang um 2,9 Prozent gehabt haben. Das sind wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1,2 Millionen Schweine, über die da reden 50 Millionen Tiere beim Geflügeln. Also wir produzieren mehr Fleisch, als wir selber konsumieren und vieles dieser Mengen geht dann in den Export. Barbara Hendricks hat das in der letzten Legislaturperiode mal auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir sollen nur so viel Schweine, Rinder und Hühner halten, wie wir auch Boden zum Ausbringen von Mist und Gülle wirklich haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass wir Fleisch auf Kosten unseres Grundwassers exportieren. Wir müssen gemeinsam mit den Bauern an einer Lösung arbeiten. Gewässerschutz und Landwirtschaft dürfen kein Widerspruch sein. Hier ist auch die Europäische Union gefragt. Wir brauchen eine Agrarförderung, die den Umweltschutz, die Artenvielfalt und das Tierwohl stärker berücksichtigt. Vielen Dank. Die Rede von Michael Thews war das für die SPD-Fraktion, der hier gefragt hat, ob das, was bereits beschlossen sei, ausreiche, ob es Änderungen geben müsse. Gewässerschutz einerseits und die Tierhaltung dürften kein Widerspruch sein, hat er argumentiert. Jetzt Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es noch mal erforderlich, die Debatte hier vom Kopf auf die Füße zu stellen. Worüber reden wir ja eigentlich? Wir reden darüber, und da hatte ich bisher gedacht, das ist Konsens hier, dass Nitrat im Trinkwasser nichts verloren hat. Denn Nitrat schädigt, verhindert die Sauerstoffaufnahme und die Abbauprodukte sind krebserregend. Und Nitrat hat da entsprechend nichts verloren. Und ich erwarte von jeder Bundesregierung, von jedem verantwortungsverhandelnden Politiker in diesem Raum, jedem Abgeordneten, dass wir uns darum kümmern, dass Nitrat nicht am Ende im Trinkwasser landet. Und Herr Stübken, ehrlich gesagt, ich habe Ihre Ausführungen so verstanden, und bei der AfD oder teilweise auch bei der FDP, da erwartet man ja nichts anderes, dass wir jetzt wieder so eine komische Grenzwertdebatte wie bei den Stickoxiden oder Messstellendebatte wie bei den Stickoxiden kriegen. Dass Sie das jetzt hier auch anfangen und mit der EU-Kommission darüber reden, das ist doch ein absolutes Unding nach dem Motto, so lange messen, bis es passt, bis man das Problem weggemessen hat. Und da muss man vielleicht auch noch mal klar sagen, worum es hier eigentlich geht in Deutschland. Wir sind nach Malta, und das ist ja nun bekanntlich mal ein Inselstaat und in einer besonderen Situation, das Land, wo das Problem am größten ist. 30 Prozent, fast 30 Prozent unserer Grundwasservorräte weisen Nitratgehalte oberhalb des Grenzwertes auf. Und das Schlimme daran ist, es ist in den letzten Jahren nicht besser geworden, sondern das Problem, meine Damen und Herren, ist größer geworden. Und das ist Ergebnis eines Nichtstuns dieser Bundesregierung. Und das muss hier an der Stelle auch mal klar ausgesprochen werden. Und, Kollege Lenkert, es ist ja richtig, auch über die ganze Verkehrsthematik und Stickoxide zu reden. Natürlich ist das auch ein Problem und ist ein weiterer Grund dafür, weshalb wir emissionsfreie Mobilität brauchen. Aber Hauptursache ist nun mal die industrielle Landwirtschaft, die übermäßige Mengen an Nitrat und Düngung auf die Felder bringt. Ich sage ganz ehrlich, das hat teilweise nichts mehr mit Düngung zu tun. Das ist Gülleentsorgung auf unseren Äckern, die da stattfinden. Und ich komme aus der Zölpischer Börde. Und ich kann Ihnen das da mal ganz konkret beschreiben, wenn Sie das sehen, wie nach der Ernte da ein Gülle-Laster nach dem anderen kommt. Und dann sehen Sie auf die Karte entsprechend, wo Sie dann am Ende im Grundwasser nur die roten Punkte haben. Und gehen Sie mal zu dem Wasserversorger, vor dem entsprechenden zuständigen Wasserversorger, ein ganz strammer CDU-Mann. Und der, was der über die Landwirtschaft sagt, an der Stelle, dass das, was da stattfindet, dass das nicht so weitergehen kann. Und es ist völlig klar, es geht nicht gegen die einzelnen Landwirte, sondern es geht gegen Ihre Landwirtschaftspolitik, die am Ende diese Bauern dazu zwingt, dass sie hier industrielle Landwirtschaft machen müssen, auf Kosten unserer Trinkwasservorräte. Und das Ergebnis dieser Politik wird sein, nicht nur bei mir zu Hause, sondern überall, dass wir investieren müssen, dass wir teure Wasseraufbereitungsanlagen kaufen müssen. Sie sorgen dafür, dass die Folgekosten Ihrer Landwirtschaftspolitik bei den Wasserverbrauchern abgeladen werden sind. Und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Und jetzt sage ich Ihnen mal eines. Sie haben ja jetzt alle erzählt, die neue Düngeverordnung, die habe ja so viel gebracht. Da müssen Sie sich doch nur mal den BDEW, die Pressemitteilungen des BDEWs angucken, die in aller Klarheit sagen, und das ist nun wirklich keine grüne Vorfeldorganisation, die in aller Klarheit sagen, diese Verordnung bringt überhaupt nichts. Sie löst kein Problem. Sie macht das Problem am Ende in Teilen sogar noch schlimmer, als es bisher war. Und Professor Grete, der im Agrarausschuss war diese Woche, hat das als Berater der Bundesregierung genauso bestätigt. Das heißt, Sie reden über das Problem und handeln seit Jahren nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordere ich Sie hier an der Stelle auf, wenn dieses Urteil des EuGH einen Sinn gehabt haben soll, dann handeln Sie jetzt endlich. Packen Sie das Thema an. Sorgen Sie dafür, dass diese Nitrat- und Güllefrachten nicht mehr auf unsere Felder kommen. Packen Sie die Düngeverordnung an und schaffen Sie die Regelungen, die dafür sorgen, dass am Ende unser Grundwasser nicht mit Nitrat verseucht wäre. Und ein ganz entscheidender Baustein dabei ist, dass wir uns am Ende für eine europäische Agrarpolitik einsetzen, wo tatsächlich auch Förderung es nur dann gibt, wenn es eine gesellschaftliche Gegenleistung der Landwirtschaft gibt. Und es kann nicht sein, dass wir Agrarbetriebe weiter subventionieren, die dafür sorgen, dass das ganze Zeug am Ende in unserem Grund- und Trinkwasser landet. Deshalb brauchen wir eine neue Agrarpolitik. Wir brauchen eine Agrarwende, die dafür sorgt, dass das Nitrat nicht im Grundwasser landet, dass Umwelt- und Naturschutz im Zentrum stehen und dass hier nicht auf Kosten von Umwelt und nachfolgenden Generationen gehandelt wird. Ich danke Ihnen. Oliver Krischer war das. Eine Aufforderung zum Handeln an die Bundesregierung. Eine Wende in der Landwirtschaftspolitik hat er hier gefordert. Weiter geht es mit Arthur Auernhammer, CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe fast den Eindruck, diese aktuelle Stunde ist ja mal wieder richtig angelegt, um die große Keule gegen die deutsche Landwirtschaft rauszuholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das möchte ich hier nicht durchgehen lassen. Wir haben ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof bekommen. Ja, das ist richtig. Wir müssen uns um unser Trinkwasser kümmern. Und ja, wir machen das auch. Ich möchte aber einmal zur Klarstellung hier sagen, wenn hier immer ständig gegen die Landwirtschaft gewettet wird. Ein Kollege hat ja auch darauf hingewiesen. Gerade mal 51 Prozent der deutschen Landesfläche werden von der Landwirtschaft in Acker und Grünland in Wiesen bewirtschaftet. Die restliche Fläche wird nicht von der Landwirtschaft bewirtschaftet. Das ist Wald, das sind Siedlungsflächen, das ist auch die Stadt Berlin und dergleichen. Also auch da kommt Eintrag ins Grundwasser. Und das sollten wir auch bedenken bei der gesamten Diskussion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die neue Düngeverordnung, die jetzt angesprochen worden ist, die wir in der letzten Legislaturperiode durch langes Ringen miteinander ausdiskutiert haben, in ewigen Gesprächen und dergleichen, die ist jetzt in Kraft. Aber sie wirkt natürlich noch nicht. Das hat etwas mit der Natur zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wenn wir eine Verordnung hier im Deutschen Bundestag beschließen, dass das nicht sofort im Trinkwasser nachweisbar ist, sondern es muss jetzt erst einmal in der Praxis umgesetzt werden. Und da muss ich Ihnen leider sagen, in der Praxis ist die Umsetzung nicht so einfach, wie es sich hier vielleicht darstellt. Gerade in kleinstrukturierten Betrieben, gerade auch bei uns in Bayern, merken wir, dass die hohen Auflagen, zum Beispiel bei der Ausbringtechnik, sehr große Belastungen für die kleinstrukturierten Betriebe mit sich bringt. Und das viele Betriebe sicher zu überlegen, ich höre lieber mit der Tierhaltung auf, wie das ich hier noch investiere. Ihr habt die Fälle, dass bei mir Bauern anrufen und sagen, bitte komm mit der großen Technik des Maschinenrings und bring die Gülle umweltfreundlich aus, damit ich diese Auflagen erfülle. Und wir können dann, wenn wir vor Ort sind, nur sagen, dein Betrieb ist zu klein, wir kommen mit der Technik gar nicht dran. Also wir befördern mit dieser Düngerverordnung wieder den Strukturwandel. Und das wollen wir doch auch nicht, meine Damen und Herren. Ich habe hier in der Debatte oft gehört, die große Keule gegen die Tierhaltung. Jetzt darf ich nur einmal dezent nachfragen. Wenn wir uns die Deutschlandkarte anschauen, wo die Belastungen der Grundwasserkörper sind. Ja, das sind so Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ich möchte mal ganz dezent die Frage stellen, wir hatten hier in den Ländern in der Vergangenheit die politische Verantwortung gehabt. Wir hatten auch die Baugenehmigungen dann erteilt in diesen Ländern. Darüber sollten wir auch einmal nachdenken, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will damit sagen, wir haben in Deutschland kein Problem mit zu viel Wirtschaftsdüngern. Wir haben nur ein Problem mit der gerechten Verteilung im ganzen Land. Denn es geht doch auch darum, wir wollen unsere Pflanzen ernähren, wir wollen Pflanzen auch nutzen und wir wollen Pflanzen, Tiere ernähren und uns auch selber ernähren. Und deshalb ist die Stickstoffgrenze von 170 Kilo Stickstoff aus Wirtschaftsdünger, die wir jetzt haben, sicherlich eine Maßgabe für ganz Deutschland. Aber im Einzelfall blicken wir zum Beispiel in intensive Grünlandregionen, wo der Niederschlag stimmt, wo fünf bis sechs Grünlandstädte pro Jahr gemacht werden in den alten Regionen. Da sind 170 Kilo Wirtschaftsdünger viel zu wenig. Das ist viel zu wenig, also muss hier mineralisch aufgedüngt werden. Wir verzichten auf den Einsatz unseres eigenen wirtschaftlichen erzeugten Düngers und kaufen Mineraldünger aus dem Ausland zu. Das kann doch auch nicht Sinn und Zweck dieser Verordnung sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir müssen neu nachdenken bei der anstehenden Diskussion zur europäischen Agrarpolitik. Aber ich bitte Sie, denken wir darüber nach, wie wir unsere landwirtschaftlichen Betriebe, wie wir unsere Bäuerinnen und Bauern und wie wir unseren ländlichen Raum mit dieser neuen europäischen Agrarpolitik unterstützen und gestalten können. Das sollte im Vordergrund sein und nicht einseitige Schuldzuweisungen auf einen Berufsstand. Vielen Dank. Otto Auenhammer, der hier die Lanze gebrochen hat für die deutschen Landwirte, die müsste die Politik unterstützen. Weiter geht es mit Rainer Spiering für die SPD-Fraktion als Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, und aus gegebenem Anlass das Publikum, in dem sich heute eine Schule aus meiner Heimatstadt Osnabrück befindet. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Die Schulklasse da oben hat mich übrigens auch dazu geführt, meine vorbereitete Rede zu ändern. Ich habe das gestern Abend schon in einem Beitrag gesagt, und das ist mir ganz wichtig. Das, was wir hier tun, Demokratie leben, hat nur eine Währung. Und die Währung heißt Vertrauen. Und ich finde, um dieses Vertrauen sollten wir uns jetzt mal bemühen. Und zwar sehr intensiv. Lieber Arthur, ich kann dich gut verstehen. Ich kann auch Frau Konrad in ihrer Betroffenheit verstehen. Aber ich glaube nicht, dass uns eine Betroffenheitsdiskussion weiterhilft. Überhaupt nicht weiterhilft. Ich habe hier eine Presseaussage aus dem Hochsauerland, die mich auch sehr betroffen gemacht hat. Gülle-Tourismus gefährdet Böden. Hohe Nitratbelastungen in den Mastviehregionen. Deshalb gibt es zunehmend Transporte in andere Regionen, auch in Sauerland. Und dann werden die Regionen aus Deutschland beziffert, in denen der Wirtschaftsdünger produziert wird. Nämlich das Münsterland und Weser-Ems. Und wenn man jetzt mal ganz nüchtern an die Frage herangeht, dann kann man auch nachvollziehen, warum das so ist. Wir haben relativ hohe Tierbestände. Das heißt, unser Acker ist nicht dazu in der Lage, die Nahrung zu produzieren, die dieser Tierbestand braucht. Also kaufen wir uns Nahrungsmittel zu. Das heißt, das Gleichgewicht zwischen Tierbestand und Nahrungsmittelaufnahme der Tiere ist nicht da. Automatisch muss über die Prozesse in dem Tier mehr Wirtschaftsdünger entstehen, als die Region in sich aufnehmen kann. Das ist eine geschlossene Logik. Und jetzt ist die Frage aufgeworfen worden, was mache ich mit dem Wirtschaftsdünger? Und der Frage müssen wir uns noch stellen. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch der Frage stellen, ist es richtig, dass wir für Regionen, die erzeugen, alle die gemeinsame Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt Landwirtin aus Baden-Württemberg wäre, wo nur partiell die Nitratbelastung hoch ist, Kollegin Konrad, dann wäre ich vielleicht auch granatig. Aber es gibt doch in Deutschland eine wunderschöne Regelung, nämlich das Verursacherprinzip. Und wenn wir uns dem Verursacherprinzip nähern und dem Produkt, das erzeugt worden ist, nämlich dem Wirtschaftsdünger, dann muss auch die Region, die das Problem erzeugt, auch das Problem lösen, wenn ich das einigermaßen richtig verstanden habe. Oder bei Automobilen, wenn ich zu viel Stickoxide erziele, erwarte ich von dem Autobauer, dass er, um das Vertrauen zurückzugewinnen... So, genau, da wollte ich jetzt... Frau Konrad, ich komme doch dazu. Nicht so schnell, ich bin ein bisschen älter. So, jetzt hat der Wirtschaftsdünger tatsächlich einen innenliegenden Nährwert. Jetzt sagt der Staatssekretär, ja, dann müssen die anderen das doch auch anerkennen. Und dann sagt der Staatssekretär, ja, aber wir haben ein Problem, wenn wir 100 Liter Gülle aufbringen, dann können wir die ja gar nicht zu 100 Prozent anrechnen. Und genau da liegt die Krux. Und dann würde ich auch von dem parlamentarischen Staatssekretär eine entsprechende Antwort erwarten. So, jetzt ist die technisch aber tatsächlich machbar. Wir können mit moderner Technologie dafür sorgen, dass dem Wirtschaftsdünger die wässrige Phase entzogen wird und eine Trockensubstat bekommen. Jetzt ist die Frage, warum nehmen denn überhaupt die Ackerbauern der Region, übrigens auch in Niedersachsen, diesen Wirtschaftsdünger gar nicht auf? Und die Antwort ist nicht, dass die Mengendifferenz nicht passt. Sondern jetzt komme ich wieder zum Vertrauen. Unsere Ackerbauer in Niedersachsen trauen der Gülle-Region nicht. Und jetzt habe ich überhaupt nicht zu beurteilen, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich habe nur festzustellen, Sie tun es nicht. Wenn ich jetzt dazu übergehe, daraus ein Trockensubstrat zu machen, dessen Bestandteile ich definiere, dann bin ich dazu in der Lage, aus dem Wirtschaftsdünger ein Gut zu machen, das Mineraldünger ersetzt. So, und dann sind wir an der absolut richtigen Stelle, weil der Mineraldünger natürlich auch eine CO2-Spur hat, die gar nicht mal ohne ist. Und dann wäre es doch eine Frage der technischen Intelligenz. Dafür Sorge zu tragen, dass ich aus dem Wirtschaftsdünger einen Ersatz für den Mineraldünger mache. Und dann kommen wir natürlich auch aus der Frage der Belastung durch Nitrate heraus. Und dann kann ich auch einen zertifizierten Mineraldünger deutschlandweit verkaufen, ohne Unmengen Fahrzeuge mit Unmengen wässriger Lösungen auf die Straße zu bringen. So schwierig ist das doch nicht, Herr Staatssekretär. Aber dann muss ich eine entsprechende Lösung anbieten. So, und dann kommt natürlich auch die Frage, wie finanziere ich? Und dann, Herr Küsche, ich war dabei, als Grete gesprochen hat, Sie ja leider nicht. Aber es ist ja auch nicht immer einfach, jemanden zu zitieren, auch wenn man selber gar nicht da war. Grete hat etwas ganz Ursächliches gesagt. Grete hat gesagt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie öffentliche Gelder verwendet werden. Und es geht im Ganzen um Steuermittel. Und die Steuermittel würde ich zielgerecht einsetzen, um eine Technologie voranzutreiben, die die Probleme lösen kann. Und das wäre eine ordentliche deutsche Lösung. Dankeschön. Rainer Spiering war das für die SPD-Fraktion, der sich hier dafür ausgesprochen hat, diesen Gülledünger umzuwandeln in Trockendünger. Weiter geht es jetzt mit Michael von Aberkron, CDU, CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf den Tribünen! Wenn wir heute in Zusammenhang mit einem EU-Gerichtsurteil über eine Stickstoffverbindung namens Nitrat reden, dann wird uns eigentlich nicht so richtig klar sein, um welches wichtige Element es sich eigentlich handelt. Es handelt sich um Stickstoff. Stickstoff ist der Baustein für Protetien, für unser Leben. Und es hat eine ganz große Bedeutung im Bereich der Pflanzenernährung. Es ist ein notwendiges Pflanzenernähr-Element. Deshalb haben wir so große Forscher gehabt wie Justus von Dietrich. Meine Kollegin hat es angesprochen. Der hat vor 100 Jahren, über 150 Jahren herausgefunden hat, dass die mineralische Ernährung der Pflanzen essentiell wichtig ist. Diese Entwicklung hat uns dazu gebracht, dass wir Hunger- und Mangelernährung in Deutschland und in Europa fast ausschließlich haben, beseitigen können. Die neue, moderne Landwirtschaft in dem letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts hat eine Konzentration hinter sich. Sie hat eine Spezialisierung hinter sich und hat auch dazu geführt, dass wir bestimmte Betriebe, insbesondere in der Tierhaltung, haben, die mit hohen Tierzahlen arbeiten. Und leider natürlich auch im Zusammenhang auf Böden, die relativ leicht sind und die bestimmte Mengen von solchen Jauche bzw. später dann Güllemengen schwer haben verdauen können. Zu der damaligen Zeit war man noch nicht so richtig in der Lage einzuschätzen, was für eine Bedeutung das hat. Es hat ein bisschen gedauert, die Gülle als solches richtig als einen Dünger und Nährstoff wahrzunehmen. Aber inzwischen ist das auf einem sehr guten Wege und man weiß ganz genau, was man an diesem Dünger hat. Aber es haben sich natürlich daraus Folgewirkungen ergeben, nämlich Überschüsse bei den Nitratkonzentrationen in den Oberflächengewässern und auch in den Grundwasserleitern. Dies hat die Europäische Kommission gemerkt, weil es nicht nur in Deutschland so war, und hat eine EU-Nitratrichtlinie schon in den 90er Jahren entlassen. Und alle Länder, die davon betroffen waren, haben es mehr oder weniger versucht, einigermaßen umzusetzen. Dann haben wir festgestellt, nach langem Hin und Her, auch mit politisch großen Schwierigkeiten, eine neue Düngemittelgesetzgebung auf den Weg zu bringen. Die ist dann 2017 noch entstanden. Aber man fragt sich, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Wenn man mal genau überlegt, neben den ganzen politischen Streitereien, das war auch eine große Arbeit, weil die Endung von Kulturpflanzen nun mal keine Kleinigkeit. Es geht um Erträge, es geht um Qualität, auch für die Landwirte. Es geht aber auch um die Frage der Stickstoffdynamik im Boden. Die Stickstoffdynamik im Boden lassen sich nun mal schwer in Gesetze pressen, weil man nicht genau weiß, wie verhält es sich unter bestimmten Faktoren. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kulturpflanzen selbst haben ganz unterschiedliche Ansprüche. Insofern war das keine leichte Aufgabe. Herausgekommen ist natürlich ein Exponat, das, wie wir alle wissen, relativ schwierig ist, zu lesen, auch für den Landwirt. Und es hat auch einen erheblichen Bürokratieaufwand. Aber die Nitratproblematik, glaube ich, allein aus der Landwirtschaft, das hat ein Kollege hier auf der linken Seite richtig beschrieben, ist natürlich nicht nur eine Frage der Landwirtschaft selber, sondern auch Industrie, Besiedlung und Verkehr tun einen erheblichen Beitrag dazu bei. Haben wir uns eigentlich mal genau überlegt, was in unseren Abwasseranlagen passiert? Funktionieren eigentlich alle Kläranlagen ordentlich? Was passiert eigentlich bei den dauernden Überschwemmungen in den letzten Jahren, die wir erlebt haben in den Kläranlagen? Was ist eigentlich mit der Dichtigkeit? Wir haben eine Vorgabe, auch durch die Wasserrahmenrichtlinie Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Das kommt nicht von ganz ungefähr, weil wir ahnen, dass ein ganz großer Teil auch der Hauskläranlagen nicht in Ordnung ist. Wo bleibt das alles? 80 Millionen Menschen, die haben genau die gleichen Probleme wie ein 20 Millionen Hausschweine. Und da kommt auch was raus, was im Grundsatz die gleiche Belastung hat, die wir hier besprechen. Und insofern ist ein dringender Auftrag nicht nur über die Landwirtschaft sprechen, sondern auch gerade über diesen Bereich. Und davon möchte ich Sie gerne überzeugen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die jetzige Klage bezieht sich aber nicht auf die Düngemittelverordnung von 2017, sondern auf den Stand von 2006. In dieser Zwischenzeit ist aber eine Reihe passiert. Ich habe Zahlen vorliegen, mögen zwar aus dem Nitratbericht von 2016. Daran ist zu lesen, dass der Zielwert der oberirdischen Grundwasser 50 Milligramm fast komplett einhalten. 98 Prozent der Messstellen und Fließgewässern und 72 Prozent der Seen haben einen abnehmenden Trend bei den Nitratbelastungen erkennbar. Beim Grundwasser ist es etwas schwieriger. Wurde der Grenzwert von 50 Milligramm immerhin noch bei 82 Prozent erreicht. Allerdings ist auch da die Berechnungsgrundlage, wenn man sich die mal anguckt, etwas anders. Nämlich in dem Moment, wenn bei einem Grundwasser leider einen Wert, den Wert, den Ganzwert von 50 Milligramm übersteigt, ist dieses ein Fehlwert, und der wird als Überschreitungswert berechnet. Auch das muss man wissen, wenn man sich über diese Dinge unterhält. Was soll eigentlich diese aktuelle Stunde, nachdem wir eigentlich wissen, liebe Grüne, dass sich die Lage verbessert? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass natürlich eine Enddynamik an der Stelle nicht so schnell zu messen ist, schon gar nicht in einem Jahr. Wollen Sie wirklich nur wieder die übliche Diskussion führen und die Landwirte als Umweltsünderanpranger stellen? Ich hoffe nicht. Wir sind der Meinung, wir müssen Taten folgen lassen, und zwar die Umsetzung der Düngeverordnung so schnell wie wir die umsetzen, die Beratung der Landwirtschaft intensivieren und natürlich die Gülle-Verteilverfahren verbessern. Da sage ich auch ganz ausdrücklich, es ist unmöglich, dass immer noch ein Freiteller durch die Gegend fährt, der einen erheblichen Verlust an Schickstoff bedeutet und eine völlig ungenaue Deplatzierung bedeutet für Ammonium. Das Ganze entweist in die Luft, das muss verschwinden, und dafür müssen wir Programme auflegen, meine Damen und Herren. Kollege Aberkron, auch wenn das Ihre erste Rede ist, müssen Sie jetzt bitte zum Schluss kommen. Ich glaube nämlich, Programme zur Erreichung von Güllebanken ist ebenso wichtig, ebenso wie die Lagerkapazitäten. Und dann will ich einen letzten Satz sagen. Das Bemühen muss sein, die Dünge und die Stickstoffdünge so zu erhalten, dass wir Qualität erzeugen. Es darf nicht so kommen wie in Dänemark, dass wir so strenge Regeln haben, dass wir keinen Qualitätsweiz mehr erzeugen können. Das darf nicht das Ende unserer Landwirtschaft sein. Herzlichen Dank. Die Rede von Michael von Aberkron, seine erste Rede hier im Plenarsaal des Bundestages, differenziert zum Thema Gülle-Eintrag und Nitrateinträge. Weiter geht es jetzt mit Kees de Vries, ebenfalls CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch auf die Tribünen. Ja, wir haben in Deutschland leider hier und da zu hohen Nitratwerte im Grundwasser. Dafür gibt es viele Ursachen. Manche kann man kaum beeinflussen, andere kann man angehen und optimieren. Um den Blick auf die zu optimierenden Dinge sind wir gar nicht so weit auseinander, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Die Frage ist immer das Wie. Ich möchte Sie einladen, gemeinsam mit uns an das Ziel zu kommen und dabei immer das Ganze im Blick zu haben. Natur, Umwelt und Landwirtschaft. Zwei Fakten stehen sich hier gegenüber. Bei 25 Prozent der Messstellen werden die Grenzwerte von Nitrat überschritten. Wohlgemerkt 25 Prozent der Messstellen in sensible Gebieten. Heißt andersrum. In 75 Prozent der Fälle, wo man Probleme erwarten könnte, haben wir die nicht. Andererseits verbessert sich in vielen Regionen Deutschlands, wie zum Beispiel in meinem Wahlkreis Anhalt, von Jahr zu Jahr die Wasserqualität. Wie kommt das? Ich denke, wir sind uns einig, dass wir bei dieser Problematik immer mit einer Langzeitwirkung zu tun haben. Fehler, die wir jetzt machen, sehen wir in 20 bis 30 Jahren. In Umkehrschluss heißt es, dass das, was wir jetzt sehen, auch in 20 bis 30 Jahren entstanden ist. In diesen gleichen 20 bis 30 Jahren haben wir in der Düngerpraxis regelmäßig eine neue wissenschaftliche Erkenntnis angepasst. Deshalb, Herr Staatssekretär, sehen wir Besserungen. Wir werden sie auch durchsetzen. Dafür brauchen wir nicht einmal ein schärferes Düngergesetz. Trotzdem, einiges ist zu optimieren. Und hier möchte ich mal auf eine der möglichen Ursachen der Nitratbelastung eingehen. Ja, es ist so, dass zu hohe regionale Tierbestände die Ursache dafür sein können. Die gerne kooperierte Lösung ist dann der Abbau der Tierbestände. Aber wissen Sie, mit durchschnittlich 1,38 Großvereinheiten pro Hektar bundesweit liegen wir deutlich unter der EU-Verordnung für ökologischen Landbau von zwei Großvereinheiten. Damit ist eindeutig klar, dass wir in Deutschland nicht zu viele Tiere haben. Aber der Viehbestand ist ungünstig verteilt. Und wo besonders viele Tiere gehalten werden, werden die entsprechenden Grenzwerte eben auch manchmal, aber nicht überall, überschritten. Und leider, Herr Krißner, hat die viel zu emotional geführte Diskussion mit Halbwahrheiten und ihren glatten Lügen dazu geführt, dass wir auch da, wo wir mehr Tiere brauchen, immer mehr Probleme haben, neue Ställe bauen zu können, ohne grundlosen Proteste zu begegnen. Die heutige Diskussion stellt meine Meinung eines klar, wir brauchen in Deutschland eine bessere Verteilung der Tiere. Und wenn wir es tatsächlich schaffen würden, zu einer optimalen Verteilung der Tierhaltung und damit der organischen Düngemittel in Deutschland zu kommen, ein Umstand übrigens, der 1 zu 1 für Europa zutrifft, hätte wir überall in Deutschland gesündere Böden und damit insgesamt weniger Stickstoffbedarf. Und dies kann nur dazu führen, dass wir wenige Emissionen haben werden, sowohl in der Luft als im Grundwasser. Und das nenne ich eine echte Win-Win-Situation. Gut für die Umwelt und gut für das Portemonnaie der Landwirts. Wir sollten klären, ob eine Flächenbindung der Tierhaltung mehrheitsfähig ist und wie diese ausgestattet werden kann. Ich lade Sie ein, hier gemeinsam mit uns anzusetzen, um die Akzeptanz der moderne Landwirtschaft in der Gesellschaft zu bewahren und das Vertrauen in die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in Deutschland zu stärken. Aber eine muss ich dann doch noch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, mitgeben. Ein solcher Prozess kann nur auf sachlicher und fachlicher Ebene gelingen. Ohne Emotionen und ohne das Schüren von Ängsten. Packen wir es an. Ohne Emotionen und ohne das Schüren von Ängsten, sagt Kees de Vries, CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde, auf Antrag der Grünen. Es geht um den Schutz des Wassers vor Nitrateinträgen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Der nächste Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren, befasst sich mit der Einsetzung einer Enquete-Kommission. Nun, es geht um die berufliche Bildung in der digitalen Welt, der digitale Wandel also und die Auswirkungen auf die berufliche Bildung. Interessant an dem Antrag zur Einsetzung dieser Enquete-Kommission ist, dass er getragen wird von der CDU-CSU-Fraktion, von der SPD, der FDP und auch von der Linksfraktion. Also CDU, CSU und Linke, die eigentlich selten miteinander oder zusammenarbeiten hier, haben sich da zusammengefunden und bringen diesen Antrag gemeinsam ein. Die Grünen sind nicht dabei, sondern haben einen Änderungsantrag gestellt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.